John Wick Kapitel 3 Parabellum aus dem Jahre 2019 2014 wurde ein neues Action Kapitel aufgeschlagen, das für jeden Liebhaber dieses Genre ein gefundenes Fressen ist. Die John Wick Reihe. Bis jetzt gibt es drei Teile und es ist noch kein Ende in Sicht. Keanu Reeves messert, schießt und killt alles was ihm nicht gefällt und was gegen ihm ist und das meist auf echt brutale Art und Weise. Doch funktioniert das auch noch in einem dritten Teil? Der erste Teil ist mein persönlicher Favorit. Der zweite Teil schwächt meiner Meinung nach etwas ab und der dritte Teil? Nun ja, er ist bis jetzt der brutalste. Natürlich hat er ein FSK 18 sowie der zweite Teil, weil der erste hatte nur ein FSK 16. Aber gehen wir den Film Step by Step durch. Keanu Reeves ist halt auch nicht mehr der Jüngste und das sieht man im Vergleich zum ersten und zum zweiten Teil. Jedoch muss man den Hut ziehen, was für Action hier geboten wird und Reeves gibt hier einfach sein Bestes. Dazu bieten sich die Behind-the-Scenes an, die sind wirklich sehr sehenswert. Und auch andere namhafte Schauspieler wie Hal Berry, Ian McShane oder Lawrence Fishburne sind mit an Bord, aber haben meiner Meinung nach teilweise zu wenig Screentime. Die Story lässt echt ein bisschen zu wünschen übrig und ist von dem her der schwächste Teil. Vielleicht liegt es auch daran, dass die 132 Minuten doch etwas zu lang sind, auch wenn dieser Film von Action nur so strotzt. Zu dem kommen wir gleich. Aber dieser kannibalisiert sich vor allem im letzten Drittel. Zur Story, was vielleicht ein Manko sein könnte oder was für mich, was mir persönlich gestört hat, ist zum Beispiel die Szene, in der John Wick seinen Finger unter Anführungszeichen abgibt, ergibt für mich null Sinn. Denn das ist nicht der John Wick, den wir noch zum Beispiel aus dem ersten Teil kennen oder aus dem zweiten Teil. Aber da möchte ich nicht mehr verraten. Und was ist jetzt mit der Action? Ja, es wirkt einfach etwas komisch, wenn der Hauptdarsteller durch die gefühlt zehnte Glasvitrine geworfen wird, soll heißen, mit der Zeit ermüdet sich die Action im letzten Drittel. Aber sonst haben wir Szenen, die einfach nur der Wahnsinn sind. Sei es der Fight in einer Bibliothek, mit Hunden, mit Pferden, auf Motorrädern. Ja, da bietet der Film so einiges und kann sich echt sehen lassen. Ob man jetzt die Gags, also den Comic Relief in den Filmen mag, ist glaube ich Geschmackssache. Ich finde, dass dieser zum Teil passt, zum Teil auch nicht, weil man dies auch im ersten und zweiten Teil nicht hatte. Manche Gags funktionieren, manche eher nicht so und sind irgendwie unnötig. Aber der Film kommt mit der gewohnten Qualität hinterher und sieht in keiner Minute billig aus und ist auch nicht CGI überladen. Ganz im Gegenteil, er sieht richtig geil aus, weil das meiste ja handgemacht ist, wenn nicht sogar alles. Das Ende sagt uns, dass wir mit Sicherheit einen vierten Teil erwarten können und ja, der soll schon Mai 2021 kommen. Ich freue mich drauf, aber wie kann uns ein vierter Teil noch überraschen? Ich bin gespannt. Kommen wir zu meinen zwei typischen Fragen. Erste Frage, würde ich mir diesen Film nochmal ansehen wollen? Ja, eventuell schon. Aber die andere Frage ist, würde ich diesen Film weiter empfehlen? Ja, und vor allem Action-Fans, weil die kommen hier wirklich volle Kanne auf ihre Rechnung. Und jetzt kommen wir zu meiner Punktebewertung, die lautet im Genre als Action-Film, was soll ich das sagen? Neun von zehn möglichen Punkten, ein richtiger Kracher und insgesamt, mit Abzügen von der Story etc. etc. bekommt er trotzdem sehenswerte sieben von zehn möglichen Punkten. Habt ihr diesen Film gesehen? John Wick 3, Parabellum, der Beititel? Dann schreibt es mir in den Kommentaren, was ihr zu dem Film sagt. Ich bin gespannt, ob ihr sagt, naja, steigert sich die Reihe immer weiter auf? Oder sagt ihr, oh, jetzt wird es schon ein bisschen tragisch, weil die Story immer schwächer wird? Egal, welche Meinung ihr habt, schreibt es mir in den Kommentaren. Rechts seht ihr jetzt das letzte Video, beziehungsweise, nein, nicht das letzte Video, ich vertausche das immer. Rechts seht ihr jetzt meinen Abonnier-Button, links das letzte Video. Wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben. und wir sehen uns ganz sicher bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, tschüssi, baba.